so dann gucken wir doch mal wo es weitergeht ich glaube wir haben ja ein bisschen was neues gekriegt wir haben patrouille des grauens und die wölfe des mars na gut aber macht mal hier die patrouille des grauens und zwar auf dem grabschiff endlich mal die patrouille freigeschaltet kriegen und das spüren wir jetzt mal so kommen wir mal schauen das ist ja mal ein abgeben so war aber vor einer weile hier hielt diese große rede darüber wie stolz er sei und wie gut der grabschiff feldzug lief und naja du weißt ja wie er ist naja wie auch immer er überreichte mir auch diese liste hier orte an denen patrouillensignale aufgestellt und getestet werden sollen wenn wir diesen kahn unter kontrolle bekommen wollen du stellst sie auf und du testest sie ich leiste die gesellschaft na dann gucken wir uns das mal an die patrouille des grauens sind wir uns mal hier also oben auf der liste ist ein infosignal wird uns über die sachlage truppen bewegungen gefechte und so weiter auf dem laufenden halten du hast den markierer auf geht's naja da rüber müssen wir ach so jetzt muss ich noch ganz anders spielen ach da oben da müssen wir hoch geht's da gibt's auch meines erachtens auch noch ein galzifiziertes Fragment ach da oben da müssen wir hoch geht's da gibt's auch meines erachtens auch noch ein galzifiziertes ach ich weiß was ich mache haha ich hab noch die alten stiefel dabei kann ich nicht rein machen so jetzt haben wir einen sprung mehr jetzt gucken wir mal wie wir hier weiter kommen jetzt richtig hab ich hier überhaupt keinen plan gerade aha einmal hoch sind wir schon müssen wir da hoch einmal da hoch ok und jetzt hier hinten müssten wir da hoch und rüber und tot ganz große klasse ja ich lieb ich war doch schon oben mal gucken ob wir es diesmal schaffen mal gucken ob wir es diesmal schaffen nicht so weit ich bin wieder viel zu weit gesprungen diesmal konnte ich es wenigstens noch ein bisschen abfangen aber ich kann mir entsinnen dass ich ja schon immer Schwierigkeiten hatte hier hoch zu kommen hier hoch zu kommen dass ich hier auch mit dem jetzt jetzt holen wir doch schon mal das fragment und hier muss ich irgendwo ach da ist es schon so gut gut die daten sind gut die zweite markierung sollte auf deinen geist heruntergeladen worden sein infosignale sind übrigens ikoras lieblinge aha habe noch nie eine frau getroffen die so sehr auf umgebungstemperatur und energie messwerte stand wie sie na gut jetzt wollen wir mal hinter hinter messen wir andere stiefel wieder rein sonst sind wir ein bisschen lasch auf der brust so jetzt gucken wir mal hier oben sollte es noch ein fragment geben das holen wir uns mal vollautomatisch fetzt schon hier irgendwo war eins habe ich das schon ach das ist das dingste was hier summt ach ja ist ja gut ist ja gut wahrscheinlich habe ich das fragment hier schon ich weiß es nicht mehr genau muss ich nochmal nachgucken ja da habe ich das schon da habe ich das schon da habe ich das schon gehen wir mal weiter hier weil es die Lackaffen hier drüben brauchen wir nicht ach komm so weiter gehts Patrouille des Grauens naja hier gab es irgendwo noch ein fragment hier nicht hier glaube ich kann das sein ne hier ne hab ich das schon nein das ist halt doof ja das scheint schon zu haben jetzt haben wir doch schon ein mausoleum da vorne muss ich jetzt was aufbauen da können wir mal hier reingucken da können wir mal hier reingucken so da ist vielleicht noch eine kiste drin für mich und ein fragment vielleicht ich glaube hier war keins auf der anderen Seite ist eins das weiß ich noch aber keine Kisten naja wir später nochmal gucken jetzt erstmal keins hier so wo müssen wir denn hin da da mach ich das mal markierung steht die Eierköpfe lieben diese Spähmissionen ich sehe sie nur als eine Gelegenheit die müden Knochen zu strecken Ich übertrage dir die Daten von ein paar Ausschlägen in der Nähe. Ab mit dir. Ja, und nur? Datenbettlauf. Achso. Was ist das für ein Scheiß? Datenbettlauf. Rennen doch mal. Ich wollte dir einen Witz mitgeben. Aber dann fing Eris an, über die Pfade in die Dunkelheit zu schwatzen. Rennen doch mal. Oder sowas in der Art. Er hat mich abgelenkt. Egal. Noch ein Signal. Wenn du so nett wärst... Wo, wo, wo? Da hinten. Können wir gleich mal gucken, ob wir hier hinten das schon haben. Ob wir das Fragment hier hinten schon haben. So, das holen wir uns noch schnell. Da müssen wir hin. Guck hin, guck hin, guck hin. Geist raus. Da ist es. Aha, ich hab's doch noch nicht. Einkalzifizierter Fragment. Komm, zeig dich. Komm, zeig dich. Komm, zeig dich. Wo bist du? Jawohl. Gut. Müssen wir hier rein. Mal gucken. Und wo wir hier noch was hinsetzen müssen. So. Da sind wir hier. Ach, da drinnen ist der Hof. Der Hof von Orix. Da hat der schwere Muni liegen. Die hol ich mir auch noch. Ich hab noch nicht keine. Okay. 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 Und da hoppen. Wo müssen wir hin? Ja, da hoch müssen wir. Da oben rein muss ich. Wo komm ich da aber her? Ach, hier drüben muss ich rein. Wahrscheinlich. Das muss hier irgendwo sein. Da ist es doch. Oh, ich wieder. Ich würde mich richtig glatzen. Da kommt was rein. Ah ja, das ist gut. Ich bekomme gerade was über besessenen Rundgänge auf dem Schiff rein. Wir haben bereits einen Hotspot an Bord. Werde die Feule los, Hüter. Da unten. Da unten. Werde die Feule los. Na, gucken wir mal was ist das. Auf jeden Fall ist hier rot vor mir. Da stehen ein paar Leutchen rum. So, da rüber. Irgendwo hier rein. Aha. Werde die Feule los. Wo ist denn die Feule? Irgendwo hier oben. Irgendwo hier oben. Ich muss schon hin. Ach, da rüber muss ich. Das wird ja wieder was lustiges jetzt hier. Ich muss schon von da oben. Oh, Hexen. Oh, Hexen. So, jetzt muss ich hier vor. Ach, jetzt bin ich ganz vorne. Am Anfang wieder. Da. Da war eins. Da war eins. Da war eins. Gut, jetzt müssen wir hier wieder durch. Die hinten in der Ecke, die habe ich schon. So, ganz nach drüben muss ich wieder. Ganz nach drüben muss ich wieder. So, hier müsste irgendwas jetzt zu holen sein. Oh, das ist ja zwar rein. Oh, dann erstmal nur jetzt. Das ist alles. Diese komischen Schnellfeuerautomaten, die die da aufstellen, die sind schon ganz schön heftig. Na komm, boah, diese kleinen hier rumflitzer, ja, flitzer. Ich mach schnell weg. Mal gucken, ob ich so eine Münze drin hab. Ich glaub, das könnte nämlich so ein Münz-Heini sein. Na, ich hab mal eine drin. Wollen wir uns mal. Möchtung. 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 Das war's. Das war schnell weg, wenn ich hier nicht abkacke. Das wäre gescheuert. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Oh, komm, 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 wo bist du? Warte mal, bitte klein Warte mal, komm schon die nächsten Und damit wäre das Erledigt Na, fein Da ging ja mal was Das war's schon mit der Patrouille Irgendwas zum Einsammeln hier? Ne Mal gucken, ob es mir das Teil abgezogen hat